Ich heiße Kotaro Sato und bin in die Wohnung 203 gezogen. Bitte nehmen Sie dieses Geschenk als kleines Zeichen des guten Willens. Und wo sind deine Eltern? Arbeiten? Die Wohnung nebenan habe ich ganz allein für mich gemietet. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Er hat die Wohnung für sich allein gemietet? Oh, bist du das, Kotaro? Danke nochmal für die Taschentücher. Ach, Sie sind die Mieterin aus Wohnung 201. Du darfst mich ruhig Mizuki nennen. Hallo, Kotaro-Lein. Ein Kuscheltier von Tono Saman. Ich akzeptiere dein Geschenk, aber der Mieterin von Wohnung 102 darfst du dich nicht mehr nähern, verstanden? Mein Name ist Tamaru. Was ist? Ich kann leider die Badewanne nirgends finden. Diese Wohnungen haben leider keine Badewanne. Ach, das war ein echt gutes, langes Bad. Morgen werde ich mal die abgefüllte Milch probieren, die Sie da verkaufen. Wenn du vorhast, jeden Tag ins Badehaus zu gehen, wird bald nicht mehr viel von deinem Geld übrig sein. Und deine Eltern sind nicht hier in der Nähe? Waren sie aber jetzt nicht mehr. Naja, ich habe auch keine mehr. Ich habe sie als Kind bei einem Unfall verloren. Dann müssen sie sehr einsam sein. Bist du einsam? Wir wurden beide von unseren Müttern verlassen! Wir wurden ganz sicher nicht verlassen! Wir wurden nicht verlassen! Die sehen ganz toll aus. Die sind lecker, oder? Ja, total lecker! Ich bin mir nicht sicher, ob meine Geburt eine gute Sache war. Ich mag sie trotzdem, auch wenn sie manchmal weinen. Es ist nicht schlimm, wenn man weint. Hab ich's mir doch gedacht. Er ist mir immer einen Schritt voraus. Du bist der Beste! Zusammen sind wir stärker! Ja, genau! Dann lass uns zusammen stärker werden! Shout-tee ein Mensch!